Jung, engagiert, gemeinsam. Ein Podcastprojekt des Medienzentrums Regensburger Land. Schülerinnen und Schüler der Schule an der Friedensstraße in Regenstauf haben sich über die JAS, der Jugendsozialarbeit an Schulen, informiert. Sie haben dann verschiedene Vertreterinnen und Vertreter der Jugendsozialarbeit an Schulen im Landkreis Regensburg interviewt. Was ist die JAS? JAS ist eine Abkürzung für Jugendsozialarbeit an Schulen. Und JAS ist ein Unterstützungsangebot der Jugendhilfe, das direkt am Standort Schule stattfindet und dort den Schülerinnen und Schülern zugutekommen soll. Was sind die Aufgaben der JAS? Die Hauptaufgabe von JAS ist die Einzelfallhilfe. Es gibt aber auch Projekte, die ganz wichtig sind, zum Beispiel wie Gewaltpräventionsprojekte, Suchtprojekte oder Medienpräventionsprojekte, die die JAS durchführt. Ein weiterer Teil ist die Öffentlichkeitsarbeit und die Netzwerkarbeit. Es gibt ganz viele Netzwerkpartner, mit denen die JAS zusammenarbeitet. Und ein ganz wichtiger Teil ist auch noch der Kinderschutz. Wer ist der Arbeitgeber? Die Schule oder das Jugendamt? Unser Arbeitgeber ist der Landkreis Regensburg und wir gehören zum Kreisjugendamt. Die JAS ist ein bayernweites Ding sozusagen. Es gibt es in ganz Bayern. Bei uns im Landkreis sind wir größtenteils angestellt beim Kreisjugendamt. Es gibt aber auch welche bei freien Trägern. Und es gibt auch in der Stadt Regensburg jemanden, der bei freien Trägern arbeitet. Und auch in ganz Bayern eben nicht nur alle JAS am Jugendamt angestellt. Wer kann alles an den Termin bei Ihnen vereinbaren? Also zu JAS können alle Schülerinnen und Schüler. Natürlich die Eltern, die Lehrer, die Schulleitungen und alle Netzwerkpartner. Also wir sind ein offenes Angebot und wir sind da für die Beratungen. Wie oft kommen Schülerinnen und Schüler mit Problemen zu Ihnen? Das JAS-Büro ist jeden Tag besetzt. Das heißt, jeden Tag kommen Schülerinnen und Schüler oder Eltern. Und es ist natürlich davon abhängig, um welches Problem es sich handelt und welche Frage es sich handelt. Manchmal lässt sich das schneller lösen. Manchmal braucht es ein bisschen länger. Dann kommen Kinder und Jugendliche auch öfter, regelmäßig. Oder wir machen Gespräche mit den Eltern aus. Das kann sich natürlich auch über einen längeren Zeitraum ziehen. Was sind häufige Probleme, mit denen Schülerinnen und Schüler zu Ihnen kommen? Also ich arbeite an einer Grundschule und da sind die Probleme sehr verschieden. Manchmal ist es nur eine Pausenbox, die in der Pause verloren gegangen ist. Und manchmal sind es aber auch große Streitigkeiten mit den Eltern oder mit anderen Schülerinnen oder Schülern oder auch mit Lehrkräften. Da kann alles dabei sein. Bei mir geht es auch oft um Probleme wie hoher Leistungsdruck, Prüfungsangst, Blackout und der Wechsel ins Berufsleben. Ich bin JAS an einem Förderzentrum und bei mir geht es viel um schlechtes Selbstbewusstsein, aber auch Beziehungsprobleme. Probleme mit Mitschülern und auch Probleme mit Lehrern. Also ich bin an der Mittelschule tätig und bei mir sind auch häufig die Aufgaben mit Integration in der Klasse. Und wie geht es denn eigentlich auch weiter nach der Schule? Was will ich werden? Will ich weiter in die Schule gehen? Will ich einen Ausbildungsberuf? Das sind so Schwerpunktthemen. Ich arbeite als JASerin an einem Förderzentrum und wir haben Kinder von der ersten bis zur neunten Klasse. Das heißt, da sind die Probleme natürlich ganz, ganz unterschiedlich. Wir haben Streitigkeiten im Pausenhof, wir haben Probleme zu Hause, mit denen die Kleinsten kommen, aber auch die Großen. Wir haben bei den Jüngeren und Älteren Liebeskummer, Freundschaftsprobleme, Probleme in der Clique, aber natürlich auch Stress zu Hause, Stress auf der Gruppe. Und wir haben bei den Großen natürlich auch den Übergang ins Berufsleben, also wirklich alles dabei. Und das ist auch das Schöne dran. Gibt es Situationen oder Probleme, bei denen Sie den Schülerinnen und Schülern dringend raten, einen Termin zu vereinbaren? Es gibt definitiv Probleme, die Jugendliche nicht alleine lösen können, die Kinder nicht alleine lösen können, wo sie Unterstützung von Erwachsenen oder eben von Fachleuten brauchen. Und ich denke, ihr wisst, wenn es Sachen gibt, die euch länger beschäftigen, die euch traurig machen, die euch so belasten, dass ihr nicht mehr richtig lernen könnt und so weiter, spätestens dann solltet ihr euch Unterstützung holen. Und es ist auch immer toll, wenn Freundinnen oder Klassenkameraden und Kameradinnen die anderen ermuntern, zu sagen, geh doch zur JAS, die kann dir helfen. Und natürlich gibt es wirklich schwierige Situationen, wenn zum Beispiel in der Familie jemand verstorben ist oder wenn Jugendliche mit Alkohol und Drogen rum experimentieren oder wenn es wirklich richtig heftige Probleme mit den Eltern gibt. Es gibt so Krisen im Leben und da braucht man auf jeden Fall Unterstützung, das kriegt man alleine nicht hin. In welchen Fällen gehen Sie auf Schüler oder Lehrer zu? Ich gehe auf Schüler oder Lehrer zu, wenn ich merke, dass gewissen Kindern oder Jugendlichen nicht so gut geht, sie irgendwie traurig wirken oder bedrückt. Und dann gehe ich auf Lehrer oder Schüler zu und frage, was los ist oder ob ich irgendwie helfen kann. Ich gehe auf Schülerinnen und Schüler zu, wenn ich merke, dass sie immer wieder in Streitigkeiten verstrickt sind, es immer wieder Auseinandersetzungen gibt auf dem Pausenhof oder in der Klasse. Einfach mal zu schauen, was steckt da dahinter, weil meistens steckt da mehr dahinter. Auf Lehrkräfte gehe ich zu, wenn Schülerinnen und Schüler sich das nicht selbst trauen zum Beispiel oder auch, um mit Lehrkräften Projekte auszumachen und Veranstaltungen in den Klassen. Kann ich auch zu ihnen kommen, wenn ein Freund oder eine Freundin ein Problem hat, bei dem ich ihm oder ihr helfen will? Ja, es ist sogar sehr wichtig, dass man dann in so einem Fall auf die JAS zugeht, weil es ja manchmal sein kann, dass sich der Freund gar nicht traut. Und dann kann man entweder ermutigen oder so das veranlassen, dass die JAS auf den Freund zugeht und so kann dem Freund dann geholfen werden. Und du hast vielleicht weniger Sorgen, weil du dir dann nicht mehr so viele Gedanken drum machen musst. Haben Sie Schweigepflicht, wenn ich nicht möchte, dass Sie etwas weiter erzählen? Ja, wir haben Schweigepflicht, wie Ärzte, Psychologen und Rechtsanwälte, sowas. Da haben wir genauso die Schweigepflicht. Wir dürfen also das, was ihr uns anvertraut, nicht weitergeben. Unsere Schweigepflicht ist ganz wichtig. Ihr könnt uns alles anvertrauen. Aber es gibt natürlich Probleme, die in die Richtung gehen, die wir dann alleine im Gespräch nicht mehr lösen können, wo wir an einem Punkt stehen, wo wir sagen, okay, jetzt haben wir das Problem erkannt. Aber damit sich da was ändert, damit es sich besser wird für dich, brauchen wir die Eltern dazu, brauchen wir eine Lehrkraft dazu, brauchen wir vielleicht auch Unterstützung von einem Arzt oder einem Psychologen oder Psychologin. Da müssen wir natürlich dann schauen, wie wir das hinkriegen, aber nicht ohne euer Einverständnis. Wir würden euch das natürlich vorher sagen. Gibt es Fälle, in denen die Eltern und oder Lehrkräfte informiert werden? Die Frage ist gar nicht so einfach zu beantworten, weil das auf den Fall ankommt. Grundsätzlich melden wir uns schon bei den Eltern, wenn ein Kind häufiger kommt als drei, vier, fünf Mal und geben den Eltern Bescheid, dass da Gespräche stattfinden. Über die Inhalte sagen wir aber nur dann etwas bei den Eltern oder den Lehrkräften, wenn es die Situation erfordert, also wenn ein Kind in Gefahr ist. Müssen Sie das Jugendamt informieren? Beim Großteil der Gespräche, beim Großteil der Probleme muss das Jugendamt nicht informiert werden. Aber es gibt Situationen, das war ja gerade auch schon Thema, wo es an den Schutz von Kindern und Jugendlichen geht, wo es darum geht, dass Kinder und Jugendliche gefährdet sind. Das kann in der Familie sein, das kann natürlich auch wegen dem eigenen Verhalten sein. Da würden wir uns dann mit unseren Kolleginnen und Kollegen vom Fachdienst austauschen und überlegen, was zu tun ist. Und in wirklich heftigen Fällen von Kindeswohlgefährden, wo es richtig brisant ist, wenn ein Kind zum Beispiel sagt, ich will nicht mehr nach Hause, weil ich geschlagen werde oder solchen Sachen, dann müssen wir einfach auch sofort anrufen und uns die Kolleginnen in die Schule holen. Welche Möglichkeiten hat die JAS Schülerinnen und Schüler oder Familien bei Problemen zu unterstützen? Die JAS kann Schüler und Lehrer beraten, aber die JAS hat auch ein ganz, ganz großes Netzwerk. Das heißt, die JAS kennt ganz viele Leute aus verschiedenen Bereichen und kann dahingehend auch weitervermitteln. Wenn zum Beispiel Eltern Fragen zur Erziehung haben, dann können wir zum Beispiel an die Erziehungsberatungsstelle verweisen oder wenn jetzt jemand kommt und Probleme mit Drogenkonsum hat, dann können wir an die Drogenberatungsstelle weiterleiten oder auch zu Kinder- und Jugendpsychologen weiterleiten. JAS ist auch gedacht als Bindeglied zwischen Menschen, die Probleme haben oder in unserem Fall Kinder, die Probleme haben und Fachmenschen, die sich mit diesen Problemen gut auskennen. Und deswegen vermitteln wir nicht nur an Therapeuten, Ärzte und so weiter, sondern eben auch an die Jugendhilfe. Wir sind ja auch beim Jugendamt angestellt und können auch, wenn Familien dann Hilfe brauchen, Unterstützungsmöglichkeiten vom Jugendamt uns anschauen, was es da möglicherweise gibt und können da Kontakte herstellen, wenn die Familien das möchten. Wie vereinbare ich einen Termin bei der JAS? Also bei mir an der Schule kann man folgendermaßen einen Termin ausmachen, also entweder man klopft einfach an meiner Tür oder man trifft mich im Schulhaus und fragt mich danach oder man kann ganz unkompliziert über einen Schulmanager einfach schreiben. Das ist manchmal auch ganz einfach für die Schüler, dass sie mich zumindest nicht direkt ansprechen und können mir einfach eine Nachricht hinterlassen. Schülerinnen und Schüler kommen ab und an auch über Lehrkräfte, das heißt die fragen die Lehrkraft, ob sie zu mir kommen dürfen. Und welche Stunde vielleicht ideal wäre, weil es nicht gerade eine Matheprobe gibt zum Beispiel. Oder eben Eltern machen Termine telefonisch aus und schreiben eine Mail und Lehrkräfte versuchen das natürlich auch über einen Termin hinzukriegen. Und bei Schülerinnen ist das ganz oft einfach spontan, wenn jemand schlecht drauf ist, wenn jemand gerade aktuell ein Problem hat, dann kommt er oder sie und fragt, haben sie schnell Zeit? Finden die Gespräche während der Unterrichtszeit oder nach dem Unterricht statt? Es gibt verschiedene Möglichkeiten, wann man die Termine ausmachen kann. Bei Schülern, die nur am Vormittag in der Schule sind, die kommen meistens dann während dem Vormittagsunterricht. Bei mir ist das aber nur neben Fächern tatsächlich. Und es gibt aber Schüler, die auch Nachmittagsunterricht haben oder in der Nachmittagsbetreuung sind, die kommen dann überwiegend am Nachmittag zu mir. Also es gibt ganz verschiedene Möglichkeiten. Viele Gespräche finden aber tatsächlich auch schon vor dem Unterricht statt oder in den Pausen. Da haben wir ja alle die Möglichkeit, außerhalb der Klasse wohin zu gehen. Dann kriegen es vielleicht auch nicht alle mit. Das ist auch so ein Punkt. Und es gibt auch die Möglichkeit, etwas auszumachen mit der JAS. Das war auch ganz viel während Corona so, dass man sich zum Spaziergeben verabredet hat. Oder Eltern werden auch von uns gerne mal zu Hause besucht, wenn sie uns einladen. Das ist auch eine Möglichkeit, zu sprechen in Ruhe. Machen Sie Ihren Beruf gerne? Ich mache meinen Beruf sehr, sehr gerne. Und mir macht es richtig Spaß, Kindern und Jugendlichen auf Augenhöhe zu begegnen. Ich freue mich sehr, dass ich eine Begleiterin in einer bestimmten Lebensphase der Schülerinnen und Schüler sein darf. Mir macht meinen Job sehr viel Spaß, weil er einfach sehr abwechslungsreich ist und es einfach schön ist, für die Schülerinnen und Schüler eine Vertrauensperson darzustellen. Mir macht meinen Beruf und meine Arbeit sehr viel Spaß. Ich mache das ja jetzt auch schon ziemlich lange und das Besondere ist, dass man hier am Pferderzentrum die Kids von der ersten bis zur neunten Klasse hat. Das heißt, das ist immer was anderes. Es ist jeden Tag anders. Kein Tag läuft wie der andere und es macht einfach Spaß, die Kids zu begleiten, aber eben auch bei Problemen zu helfen, zu unterstützen und aber auch sehr schöne Sachen mit ihnen zu machen, Prävention zu machen, Angebote begleiten in Schullandheimen und solche Sachen. Das ist die schöne Mischung bei der JAS. Jung, engagiert, gemeinsam. Ein Podcastprojekt des Medienzentrums Regensburger Land.